hallo und willkommen zu einem let's play minecraft together adventure maps mit mir und nichlas ja ja gleich von anfang an trollen wir spielen die map wie heißt die noch mal power tower oder so das steht hier bestimmt agil ja genau agil towers ja genau ja hier steht es okay er liest hier vor immer aber mit ich muss erst mal den sound hochstellen ja er liest die schilder immer vor weil er sehr gut in englisch ist jetzt einfach schon mal anfangen ja wenn du das da machst ja und bei mir ich versuche die regeln einfach mal auf deutsch zu übersetzen also wir sollen auf peaceful spielen keine cookies essen weil das wahrscheinlich der score ist spaß haben ganz wichtig wir sollen keine blöcke zerstören und es gibt noch weitere regeln ohne dies leider nicht geht kein rage quitting also nicht einfach aufhören sondern es weiter versuchen ja hier steht noch mal dass kekse der score sind betten sind checkpoints und kein kein flug modus keine anderen sheets und kein x-ray texture pack also nicht dass wir sachen schon vorher sehen hier steht jetzt go forward to begin your journey also wir sollen nach vorne gehen um unsere reise zu beginnen willkommen bei agil towers version 2.0.2 wenn wir noch üben wollen ist das da zur rechten und das ist die finale version also wir sie hoffen dass wir viel spaß haben weil sie auch sehr viel spaß haben die map zu machen shift und sprint also shift und sprinten sind unsere besten freunde und natürlich ja springen wollen wir trainieren oder wollen wir gleich anfangen ich würde sagen wir fangen gleich an okay wer geht vor geht vor jetzt werde ich hier erstmal durch okay jetzt werde ich erst mal durch rushen ich habe jetzt zwar den sound mod drin immer noch aber jetzt mal egal das war ja wirklich durch ja warte mal soll ich mir jetzt dahin zwar ist da ist eine trugel aber die scheint mir irgendwie warte mal wir sollen noch auf peaceful spielen oder ja wir spielen nicht auf peaceful gerade stimmt ja wollen wir dann immer essen cheaten oder willst du kurz auf das mit essen wenn ich auf peaceful stelle dann muss ich aber den server beenden also das kann ich machen aber dann dauert es einen kleinen moment und du musst das vielleicht die aufnahme stoppen ja gut dann beenden wir kurz die aufnahme okay bis gleich bis gleich so das sind wir wieder jetzt ist auf peaceful hoffentlich und jetzt kann es weitergehen und ich versuche jetzt mal an die leiter dahinten zu springen meinst du schaffst es welche leiter die ich hoffe nicht ja dankeschön nett wie ich bin hoffe ich nicht oh god oh mein gott epic oh ich habe es geschafft kräftige kekse ja und wie komme ich da jetzt rüber gar nicht na toll ich habe natürlich auf die blöcke gespringen können aber egal ok der regenrein nervt echt ein bisserl aber ich glaube es gibt echt kein command um es auszustellen doch doch angeblich soll es schon eingeben also im singleplayer kenne ich das command aber im multiplayer ging das nicht ich habe es eingegeben es gibt weather sunny und weather rain was im singleplayer funktioniert aber im multiplayer halt nicht mhm soll ich eigentlich wie pizza mit das mal gemacht hat mit deinem game mode immer so rumfliegen wenn du es mal nicht geschafft hast klar mach doch ja aber jetzt scheint es dass du es schaffst äh dass du es schaffst das davon ist nicht auszugehen ich geh mal lieber auf ne nicht da lang nicht da lang achso ja naja komm jetzt schaffst du es nein geil das war absicht weil hier unter der brücke ist nämlich ein secret ja das hast du nicht geholt hier ist nämlich ein cookie ist hier drin ist jetzt echt ja ach guckst du nicht piecemeat oder was ne doch aber ähm ich habe die folge jetzt noch nicht gesehen weil ich gestern voll müde war und normalerweise schreibe ich sie am bett ja okay dann habe ich dich gerade ein bisschen gespoilert ja was fällt dir ein auf dem schild stand nämlich ähm ein schild der die am spawn point standen da stand drauf es gibt kein special ähm ach Junge ich darf nicht reden wenn ich äh wenn ich springe also da stand es gibt kein secret auf dieser insel und dann war der trick halt dass es unter dieser insel ein secret gab und da war ein keks drin mhm ui also was soll eigentlich dein skin darstellen das ist aus einem film Donnie Darko ein äh ein in dem film ist es in dem film ist es ein Hasenkostüm aber also jetzt kein richtiger Hase sondern ein Hasenkostüm ist so ein Psycho-Horrorfilm echt? oh Gott ich hätte fast einen Block abgeschlagen oh Gott das wäre was gewesen komm dann schaffst du es oh Gott ich hoffe von unten alter das ist doch ein Fail ey ja 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 soll ich nochmal ich versuch es nochmal ich hoffe dass ich es irgendwann früher schaffe und ich dann mal unnützes Wissen vorlesen kann ja ne oh ja alter oh ja trollen oh man schau mal ich schaff es wieder guck her hui nein ich gucke nicht du bist außerdem noch im anderen Game Mode du bist noch im Creative Mode nein bin ich nicht schau schau drück mal äh T verdammt haha komm jetzt schaff ich es jetzt streng ich mich richtig hardcore an dass ich es schaffe mhm ich würd für ja nicht immer rennen ne nicht immer mhm aber dann lag das so hart das ist hä wenn du nicht rennst dann lag das ja ja oh Moment ich guck äh ja du hast nämlich gar nicht geschafft eben ja ja alter ich war schon mal an dieser und jetzt schlag ich dich runter nein warum schlägst du mich runter ich ja ich hab dich nicht runtergeschlagen das fand ich so dreist gerade von dir dass du mich da runter geschlagen hast ja ja ich hab dich nicht runtergeschlagen was die Zuschauer nicht wissen vor der Aufnahme haben wir hier so ein bisschen keine Ahnung rumgespielt und da hab ich es geschafft mhm ja und zwar zweiten Versuch oder so nur so dass so ein bisschen Restfunken Ehre so wieder hergestellt wird ja er ist einfach nur ein Noob immer die Ausreden ne ja ich bin ein Noob haha komm schon jetzt diesmal wird es wirklich was ich rede jetzt einfach nicht mehr jedes mal wenn ich rede kacke ich ab so jetzt aber ich glaub sogar an dich ich sag ja nicht mal komm flieg runter jetzt schaff aber ich ertrinke mich jetzt hier und äh oh man ähm ähm scheiß ich irgendwo spinn jetzt Alter das Ding ist dass ich nebenbei rendere nämlich andere Videos mhm dass ich deswegen mit 17 FPS ungefähr spielen muss im Schnitt LOL sorry ich wollte eigentlich das tun LOL du bist mitten im Sprung äh Moment nein 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 ich hab noch ein bisschen Ehre ok wir wollen nicht so anfangen dass ich mit Cheaten irgendwie das Let's Play hier anfange ja cheaten ist kacke cheaten ist echt ja normalweise cheate ich ja auch oft aber ja viel zu mir schafft das ja auch immer nicht zu cheaten naja nach einer Zeit cheaten ist es schon ja schon das Alter das war die dümmste Idee eine Jumping Map zu spielen warum eigentlich Jump & Run mag ich eigentlich ich mag es auch aber nicht in Minecraft ich liebe Mario und ähm Super Meat Boy ist so ein Indie Game das ich total gerne gespielt habe habe ich sogar durchgespielt obwohl das total hart ist ja ja aber Minecraft kann ich irgendwie nicht Jump & Run ich weiß auch gar nicht wieso ich freue mich auf Minecraft Xbox weil dann kann man mit dem Controller spielen und ja das habe ich auch mal das habe ich auch vorhin glaube ich gelesen dass das auf Xbox kommt so ja ähm früher dieses Jahr also kommt bald ja das gibt es jetzt schon für iPhone also für äh iOS mhm für Android und dann ja red weiter ja oh ja ja lo okay also das war jetzt echt geil warum rennst du auch noch ja wobei soll ich wissen dass du gerade mich teleportieren willst hihihi ja aber ich habe es vor der Aufnahme geschafft oh 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 geil ja ja ich habe hell ja warte mal ich schau mal ob ich überhaupt ja ich habe hell okay komm mit läuft ich hatte eine Fackel aus Versehen angepackt ich hatte eine Fackel aus Versehen angepackt und das ist eine Kiste ja nimm Juice lieber mit ich sterbe eh sofort okay ja ich habe noch einen Keks nimm du den mal lieber auch okay okay Moment ich häng grad fest hihihi oh Gott Lava ähm da guck mal da ist Lava oh ja aber ich glaube man kann das hier irgendwie sichern oder irgendwie ja hier ist ein Bett warte mal ne 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 ich meine da kann man auch irgendwie die Items sichern glaube ich ja habe ich habe ich habe ich habe ich und go oh man kann sich sogar ins Bett legen okay ah good luck wer ist heute vor äh geh du ruhig du nimmst auf okay Achtung da ist ein Block lol du bist wow das gibt Drache ja ich werde es sowieso schaffen oh lol 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 aber ich bin auf Peaceful das habe ich ganz vergessen du stirbst ah du stirbst gleich oh Gott das ist ja fies ja ich bin auf Peaceful das ist ja fies oh Gott ich bin tot oh Gott ja fuck Alter oh 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 Gott lol oh mein Gott oh mein oh mein hast du es geschafft? ja noch nicht ganz oh Gott was ist das oh mein Gott oh Gott da sind oh Gott okay ich habe es geschafft loll ich fliege okay ich habe es geschafft ich bin jetzt ganz woanders ähm alter this is the ultimate challenge have fun die ultimative challenge ja das wird ja lustig wenn ich jetzt schon so viel Spaß habe und mit Spaß meine ich Fails ich schau dir ich schau dich jetzt mal zu äh ich schau dir mal zu ich schau dich mal zu du siehst mich gerade brennen ja gerade eben nicht weil ich gerade in so ein tiefes Loch angeflogen bin deswegen muss ich jetzt wieder hochfliegen ja ja wenn du gleich kommst siehst du mich brennen ich warte jetzt als Aufgabe zu brennen oh schau mal hier gibt es sogar eine Zuschauertribüne ist es nicht mehr ist da zufällig irgendwie eine Kiste oder so? äh nein Schalter ohne Mist das ist ein Schalter was machen wir jetzt? ja den Schalter ziehen ne? ja schon aber ich meine ich bin hier jetzt hergeflogen na egal ach so ja der Schalter bringt nur da hinten so ne oh mein Gott ist das fies wie sollen wir das denn bitte machen? ach so okay Keks fuck ich hänge im Spinnennetz alter ja schlag mich runter ja will ich auch aber sonst mach ich das Spinnennetz noch kaputt lol ich tauche in Labern es wäre schlimm wenn das passieren würde schau mal ja du brennst ah hab ich sterb nicht richtig heiß oh man warum stirbst du nicht? doch doch ich sterb ja lol jetzt hab ich aus Versehen tight in den Screen gedrückt neulich ist ja auch noch ne Truhe ups ja guck das ist jetzt ein bisschen scheiße das ist immer guck du rusht immer so durch und ich ich nehm mir Zeit für die Dinge ja du 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 ja ja mhm komm jetzt schaffst du's streng dich an ich spring auch mal alter oh das sind wieder so 100 Jahre schau mal ich hab's geschafft guck mal nach vorne oh ja ach ja ach komm oder wie Hardy mal gesagt hat wie Hardy mal gesagt hat ach ihr langweilt mich ja als er es mal endlich geschafft hatte das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung dass dieser Moment irgendwann kommt